Jungs, das Spiel ist morgen um halb vier in Monterbauer. Wir treffen uns um zwei Uhr in Nendershausen. Wir wollen morgen unbedingt drei Punkte holen. Jungs, das Spiel ist morgen um halb vier in Monterbauer. Wir treffen uns um zwei Uhr in Nendershausen. Wir wollen morgen unbedingt drei Punkte holen.